Das zu veräußernde 17-Zimmer-Mehr-Familienhaus steht im Kreis Havelland. Das im Jahr 1910 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat einen Keller. Es wird über eine Gaszentralheizung gelegt. Eine Wohnfläche von ca. 1188 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 476 Quadratmetern auf. Die Immobilie steht für 630.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.